Wir sind Waves, Lives und wir machen völlig unterschiedliche Dinge, alles Dinge, die uns im Leben und im Alltag begegnen, die wir gerne bauen wollen, aus völlig unterschiedlichen Materialien und zu völlig unterschiedlichen Zwecken, aber immer völlig gleiche Verletzungen. Wir hoffen, unser Kanal bringt euch Freude und vielleicht auch die eine oder andere Idee und Lust zum selber bauen oder zum nachbauen oder halt auch vielleicht auch nur der eine Trick oder Kniff, den wir euch zeigen können oder vielleicht auch die andere Panne, die man sich auch gerne abgucken darf. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns einen Daumen hoch da lasst und natürlich unseren Verstürz, indem ihr unseren Kanal abonniert. Wir sind raus. Tschüss. Schnellen. 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 Vielen Dank.